Hallo, was machen Sachen? Willkommen zurück zu einem weiten VTuber Tutorial und heute stelle ich euch ein neues Programm vor. Ihr seht es auch schon im Hintergrund, mein Pony ist es auch schon im Programm. Und ich stelle euch heute das Programm Warhudu vor, also ein sehr mächtiges Programm, es kann sehr viel. Wir können nicht nur einen Avatar mit einer kompletten Umgebung reinmachen, sondern wir können verschiedene Animationen machen, wir können auch Interaktionen mit dem Chat machen und heute gehen wir die Basics durch, also wie kriege ich den Charakter in die Welt, wie funktioniert das alles, wie kriege ich den getrackt und später in einem anderen Tutorial zeige ich euch, wie ihr verschiedene Aktionen mit eurem Chat oder halt auch für euch für Hotkeys nutzen könnt. So würde ich sagen, wir fangen am Anfang an. Ihr seht es auch schon hier, wir kriegen nicht nur ein Fenster für den Avatar an sich, wo er in der Welt ist, wir haben hier auch noch ein weiteres Fenster, eigentlich kriegen wir noch mehr Fenster. Den Editor, der ist jetzt erstmal für uns wichtig. Wie stellen wir das Ganze ein? Wir wollen erst mal einen Charakter in die Welt schaffen, wir kriegen, da muss ja jemand hin. Wir starten einfach hier mit dem Basic Setup, das ist der Anfang, den braucht ihr auch noch einmal wählen, ich zeige euch auch, wo ihr die Sachen dann später findet, weil wir haben hier schon jede Menge Sachen. Sachen, die wir hier einstellen, können wir auch hier nochmal anpassen und verändern, wenn sich irgendwas ändert, oder wenn wir halt einfach einen anderen Charakter nehmen möchten, dann müssen wir nicht jedes Mal durch dieses ganze Setup durch, sondern können einzelne Sachen bearbeiten. So, wir gehen erstmal los und fangen am Anfang an. Get Start, wir starten. Wir sollen uns erstmal unseren Charakter aussuchen. Wir können hier die Preview-Galerie, dann haben wir Bilder dazu. Ihr werdet erstmal nur diesen Schipilka, diesen Charakter hier haben. So, wie kriege ich jetzt einen Charakter dahin? Wir haben hier unten noch einen weiteren Button, da steht Charakter-Folder. Den drücken wir an und dann kriegen wir ein Fenster, da ist es schon. Und hier sind unsere Charaktere drin, alle Charaktere, die ihr nutzen möchtet. Ihr könnt auch, wie ihr seht, hier mehrere Charaktere reinladen. Packen wir einfach in den Ordner und dann sind die in dem Programm zugänglich. Hier aufpassen, es funktionieren nur diese Standard-VM-Charaktere oder Warudu-Charaktere. Habt ihr ein anderes Format, sei es FBX oder sei es VC-Face-Avatare, die funktionieren hier nicht. Wirklich nur diese Warudu, die bekommt ihr mithilfe einer SDK. Da werden wir in einem anderen Tutorial auch mal drüber gehen. Oder dann halt über den Standard-VM, den man in allen anderen 3D-VTuber-Tracking-Programmen nutzt. Einfach hier reinladen und dann könnt ihr den schon auswählen. Wie gesagt, ihr könnt hier einfach den Namen auswählen. Oder wenn ihr halt einfach ein Bild sehen möchtet, das Bild, was ihr reingeladen habt, könnt ihr dann auswählen, wir bleiben beim Pony und sagen okay. Dann kommen wir die Frage, wie möchten wir das Motion Capturing konfigurieren? Sollen wir was vom Programm ausgewählt bekommen? Ich persönlich würde das nicht empfehlen. Es nimmt dann wahllos eine Kamera. Oft wird bei mir die OBS virtuelle Kamera dann genommen. Ihr geht leichter, wenn ihr sagt, nee, ich möchte mir das aussuchen. Dann habt ihr einfach eine größere Auswahl. Das funktioniert besser. Sagen okay. So, dann kommen wir zum ersten. Das Face-Tracking, also das Standard-Face-Tracking. Über was machen wir das? Da kommen wir hier erstmal eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Wir haben hier zwei Möglichkeiten über die Webcam. Je nachdem, wie es für euch am besten gefällt. Also das könnt ihr ausprobieren. Welches Tracking ihr am liebsten mögt, könnt ihr das nehmen. Habt ihr ein iPad, habt ihr auch noch zwei zusätzliche Möglichkeiten. Das sind dann iPad-Apps, die ihr nutzen könnt. Einmal das iFacial Mocap. Die persönlich nutze ich ganz gerne. Die funktioniert auch wunderbar dann in VC-Face. Dann habt ihr eine App für vieles. Das Rhyme-Life habe ich persönlich noch nicht ausprobiert. Das könnt ihr auch, wenn ihr sie habt, auch gerne nutzen. Ich will euch da nicht aufhalten. Und man kann auch andere Programme, die über den VRM-Verbindungen sind, einstellen. Wie auch hier VC-Face. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man mehrere Programme öffnet, um dann eins zu nutzen. Deswegen mag ich Warudo, weil wir hier alles nutzen können. Deswegen, wenn ihr eins von den ersten vier nehmt, fahrt ihr eigentlich immer ganz gut. Auch wenn ihr Rokoko habt, also für alle Leute, die mehr Motion-Capturing-Ausrüstung haben. Hier gibt es natürlich auch nochmal Leute, die ein bisschen, ja, höheres Equipment haben. Auch die können ihr Avatar mit Problemlos hier verbinden. Wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal bei der Amoebia bei Webcam, weil mein iPhone habe ich gerade für den VC-Face-Charakter. Okay, dann mache ich das. Dann gehen wir auf Customized Tracking und gucken, ob das so alles stimmt. Wir haben hier ARKit, habt ihr nur dann, wenn ihr auch wirklich die passenden Blendshapes in eurem Avatar habt, die auch fürs iPhone notwendig sind. Die anderen haben die VRM 0x oder VRM 1.0. Je nachdem, was für eine Version ihr habt als VRM. Standardmäßig hat man meistens die VRM 0x Blendshapes drinne. Falls ihr einen 1.0er Avatar habt, habt ihr die natürlich auch hier drinne. Und Miku Miku Dance ist hier auch vertreten. Ja, bei mir bleiben jetzt für mich erstmal beim ARKit. Ich habe ja alle passenden Blendshapes, daher kann ich die nutzen. Und dann gucken wir, welche Kamera ist das? Und hier sieht man wieder, er hat eine andere Kamera gewählt. Er hat eine digitale Kamera gewählt, also eine virtuelle Kamera bei mir ausgewählt. Ich möchte aber bitte meine Webcam haben. Das andere ist jetzt erstmal für uns nicht so wichtig. Wir müssen nur gucken, dass diese Sachen hier stimmen. Also sind die passenden Blendshapes ausgewählt und ist die richtige Kamera ausgewählt? Sagen wir, okay. Das gleiche machen wir jetzt auch fürs Post-Tracking. Also wir können auch, hebt die Pfoten oder hebt die Hufe, wir können auch Hände tracken. Bei mir ist ein bisschen dunkel gerade im Zimmer, da funktioniert das nicht so gut. Wenn ihr ein bisschen Licht anhabt, funktioniert das besser. Auch hier, das funktioniert entweder über Webcam oder auch über iPad und iPhone. Wenn ihr diese Rhyme Live App habt, auch hier kann man wieder VC Face mit verbinden. Und wir haben hier auch noch jede Menge andere Auswahl für Leute, die halt dementsprechend passende Hardware haben. Wie zum Beispiel einen Leap Motion Controller. Wir können aber auch sagen, wenn wir die Post einfach über die Webcam tracken, auch hier gucken, ist die passende Webcam ausgewählt, ist sie nicht. Können wir trotzdem eine zweite Post-Tracking verbinden. Da können wir quasi die Webcam mit der Leap Motion zum Beispiel verbinden, falls wir die haben. Vielleicht hat auch einer die Gloves oder auch wieder hier über den Media Pipe. Einfach nochmal extra nur für die Finger. Hier haben wir quasi die grobe Pose, also generell den Oberkörper. Und hier unten haben wir quasi nur was für die Finger. Und da könnt ihr euch alles, je nachdem, was für eine Ausrüstung ihr habt und welche Ansprüche ihr haben möchtet, euch das passende aussuchen. Und dann sagen wir OK. Dann warten wir kurz. Und dann kriegen wir noch eine Frage. Möchten wir unsere Gesichtsausdrücke mit importieren? Wenn ihr mehrere habt, jetzt nicht nur diese standardmäßige AIUU fürs Webcam-Tracking, sondern ihr habt verschiedene Toggles. Wenn ihr zum Beispiel Blusht oder habt verschiedene Sachen, die ihr einfach an- und ausschalten könnt übers Gesicht, dann könnt ihr sagen, ja, ich möchte die importieren. Ihr macht auch nichts falsch. Wenn ihr keine habt und sagt, ja, ich möchte die importieren, dann importiert ihr halt nichts. Ist auch OK. Ich habe ein paar und die möchte ich auch natürlich haben. Dann sagen wir OK. Und dann kriegen wir noch eine kurze Frage. Möchten wir einen transparenten Hintergrund oder möchten wir eine Szene auswählen? Wir haben standardmäßig auch ein paar Szenen im Programm drin. Dann auch wieder auf das Preview. Wir haben hier die Local Files. Das sind die, die ihr auch bekommt. Und man kann auch später welche runterladen. Das zeige ich euch am Ende auch nochmal, wo ihr die bekommen könnt. Da könnt ihr ganz, ganz viel aussuchen. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Wir waren jetzt gerade im Klassenzimmer. Vielleicht gehen wir mal hier in den VR-Room. Und tadaa, schon sind wir da. Ich stehe ein bisschen doof im Tisch. Und das ändern wir jetzt auch. Machen wir das zu. Sagen OK. Und schon können wir starten. So. Ich stehe jetzt hier ein bisschen doof im Tisch. Ups. Ich brauche das hier. Dann gehe ich auf meinen Charakter. Dann hier auf den Charakter drücken. Transform Tools mache ich an. Und dann seht ihr hier. Da ist dieses Tool. Ach ja, wenn ihr die Maustaste drückt, könnt ihr euch im Raum umsehen. Rechte Maustaste könnt ihr drehen. Und dann halt links auf den Pivot. Und könnt das verschieben. Und schon könnt ihr euch, wo auch immer ihr hin möchtet, platzieren. Dann könnt ihr auch hier, das einmal querbeet durch, in den Tisch, in den Boden rein. Und zack. Machen wir wieder hoch. Wo auch immer ihr in der Szene stehen möchtet, könnt ihr euren Charakter hinziehen. Und ihr könnt auch, wenn ihr denn möchtet, den Charakter drehen. Einmal drehen. So. Und auch so drehen. Oder je nachdem, wie ihr lustig seid. Also man kann hier sehr viel einstellen. Machen wir nicht wieder gerade. Vielleicht sollte ich mich nicht in den Stuhl reinstellen. So. Ihr könnt euch auch skalieren, wenn ihr das möchtet. Sagen, ich bin klein, ich bin groß. Da ist euch komplett frei, wie ihr das machen möchtet. Und wenn wir hier schon auf dem Charakter sind, können wir sagen, okay, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was ich hier eigentlich eingestellt habe. Kann sagen, okay, ich resette einfach alle Positionen. Und bin dann halt an der Standardposition, wie man es auch hier sieht, 00111. Wenn man sich halt hier komplett verdrückt hat, kann man so wieder zurück. Man kann auch sagen, ich möchte den Charakter gar nicht haben. Wer denn möchte, je nachdem, was ihr da einstellt. Und auch hier haben wir unsere ganzen Sourcen und ganzen Verbindungen wieder. Hier oben können wir jetzt den Charakter auch noch on the fly wählen. Hier müsst ihr nur aufpassen, wenn ihr die Charakter auswählt, dass die auch das gleiche Tracking haben. Also wenn ich jetzt mein Pferdchen mit dem AI-Kit nutze, kann ich Charaktere, die das AI-Kit nicht haben, nicht tracken. Also die bewegen sich dann einfach nicht. Oder die bewegen sich nur in der Pose. Wenn die alle das gleiche Tracking haben, also hier habe ich die ganzen Blend Shapes, die ich brauche für das AI-Kit, kann ich einfach on the fly wechseln, ohne dass ich großartigen Verlust darin habe, dass ich nicht mehr sprechen kann. Vielleicht machen wir jetzt mal den Schiwi, weil der ist niedlich. Und auch hier können wir sagen, okay, Motion Capture möchten wir was anpassen, vielleicht haben wir das Programm neu gestartet und irgendwas funktioniert nicht so richtig. Dann können wir hier kalibrieren, einmal wenn wir irgendwie schief stehen, dass wir wieder gerade stehen. Und dann haben wir hier auch Setup Motion Capture. Sagen wir hier, okay, wir kriegen eine Warnung, wenn wir das jetzt umstellen, stellen wir es um. Und dann kriegen wir auch hier wieder, wie möchtest du tracken? Ich gehe wieder auf die Media Pipe. AI-Kit ist an und es ist wieder die falsche Kamera drinne. Und sag, okay. Und hier das Post Tracking auch. Und okay. Mal nochmal kurz verraten, bis der Computer alles verarbeitet hat. Und schon kann es weitergehen. So. Und so einfach können wir dann, wenn wir einmal das über das Onboarding Assistance eingestellt haben, immer wieder anpassen. Und auch hier haben wir verschiedene Expressions. Wir können auch sagen, okay, ich habe jetzt einen anderen Charakter drinne. Die haben ja verschiedene Toggles, die ich nutzen kann. Und dann sage ich immer, erst mal alles löschen. Und dann einfach für einen neuen Charakter. Der Charakter hat jetzt halt keinen, da kann ich auch nichts importieren. Und die Expressions funktionieren immer nur dann für den passenden Charakter. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr verschiedene Blendschaps habt, die ihr an- und ausschaltet. Und eine Sache, die finde ich super, super toll in dem Programm. Wir können auch Animationen nutzen. Wir haben auch standardmäßig ganz, ganz viele Animationen da. Und wir können uns auch neue Animationen runterladen. Wenn wir sehen, man kann hier ganz viel einfach einstellen und ganz viel machen. Und die lustigsten Posen für Bilder oder auch für Streamen nutzen. Je nachdem, wie ihr da stehen möchtet, kann man die benutzen. Das ist ein Vorteil der VTube-Charaktere. Die haben ja alle das gleiche Rig, also den gleichen Rig-Aufbau. Da kann man einfach verschiedene Posen miteinander benutzen. Können wir auch mal hinsetzen. Tada! Da kann man jede Menge mit Spaß haben. Ich habe da auch jede Menge Spaß mit mit den Animationen und versuche ein paar Bilder zu machen. Und wir haben natürlich auch noch jede Menge andere Sachen, die wir einstellen könnt. Die könnt ihr in Ruhe mal durchgehen, aber das meiste ist jetzt für den Anfang erstmal nicht wichtig. Das sind halt so Feinheiten, die man einstellen kann, wie zum Beispiel hier die Atmungsanimation. Möchte ich eine haben? Wie stark soll ich atmen? Und wie nicht? Und jede Menge andere Einstellungsmöglichkeiten, wie gesagt, ist eine Sache, ist eher was für dann halt Leute, die ein bisschen Erfahrung haben mit dem ganzen 3D-Quatsch. Oder ihr probiert das einfach ein bisschen aus. Ja, und nicht nur unseren Charakter kann man im Nachhinein auch noch anpassen, natürlich auch unsere Umgebung. Dazu gehen wir auf Environment, das ist unsere Umgebung. Und auch hier können wir jede Menge einstellen. Man kann sie natürlich ein- und ausschalten. Auch welchen Raum wir haben möchten. Ist hier. Dann können wir natürlich auch noch jede Menge andere Sachen einstellen. Wenn man jetzt halt zum Beispiel streamen möchte und man merkt, okay, der PC kommt nicht so direkt dahinter, aber ich möchte unbedingt eine Umgebung haben. Dann kann man sagen, okay, ich mache die Lichter zum Beispiel aus und es ist schon eine Möglichkeit, dass der Stream besser läuft. Weil Licht ist dann auch eine Sache, die halt die Leistung des PCs doch sehr beanspruchen. Wenn ihr Bilder macht, ist es natürlich nicht so das, was ihr braucht. Aber halt fürs Stream wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Auch hier haben wir noch ein paar Möglichkeiten, wie man einfach mit der Raumfarbe arbeiten kann. Zum Beispiel mit der Ambien wäre das, okay, das Skybox ist jetzt halt hier nicht so geil, weil ich bin nicht in einem Außenbereich. Da kann man einfach noch einen Tint drüberlegen. Funktioniert halt, wenn man in einem Außenbereich ist, besser wie man drin ist. Da könnt ihr ein bisschen drin rumspielen und gucken, wie euch das gefällt. Und alles kann man immer wieder zurücksetzen, wenn man Reset drückt. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit dem Licht. Ich habe mir hier noch ein zusätzliches Licht reingeholt für meinen Charakter, wenn ich halt den Charakter nur als Avatar tracke und nicht mit einer Umgebung, damit ich ein bisschen ausgeleuchtet habe. Auch hier kann man jede Menge Sachen einstellen. Die Lichtfarbe, die Lichtintensität. Ich kann mal hier sagen, ich möchte ein bisschen mehr. Gut, das ist jetzt bei dem Shader auch schwierig. Ich habe einen Toonshader drauf, da tut sich nicht so viel, wenn ihr jetzt einen Charakter habt, der einen anderen Shader hat. Schau mal hier. Welche Version war jetzt die ohne Toonshader? Das war Toonshader. Das war der normale. Da sieht man das ein bisschen besser, wenn man hier mit dem Licht spielt. Ich muss mal sagen, funktioniert halt mit einem Standard-Shader besser wie mit dem Toonshader. Dann haben wir hier ein kleines Farblicht. Farbliches Licht. Aber hier, keine Ahnung, machen wir so bläulich. Funktioniert, wie gesagt, mit dem Toonshader habt ihr gerade gesehen nicht so gut. Auch hier die Lichtstärke können wir anpassen, hell, dunkel. Je nachdem, wie wir es möchten. Und wie gesagt, wenn wir uns nicht mehr wissen, wie der Standard war oder wie wir es zurücksetzen können, auch hier. Wir können auch sagen, unser Licht interessiert uns gar nicht für den Charakter. Wir wollen nur das Licht der Umgebung haben. Wir können auch sagen, wenn ihr Props reinladet, können wir auch sagen, möchten wir die aktivieren. Das zeige ich euch auch noch gleich, wie man zusätzliche Sachen noch reinkriegt oder ob das Licht auch mit den Umgebungen reagiert. Meistens habe ich das aus, weil die meisten Umgebungen haben schon ein Licht drin. Da braucht man es jetzt nicht so. Auch hier haben wir Schatten, ja, nein, etc. Kann man hier jedes Mengen ausholen. Wir können auch sagen, möchten wir härtere Schatten oder nicht. Das kommt dann immer ganz aufs Modell drauf an, wie ihr das einstellen möchtet oder wie euch das persönlich gefällt. Probiert euch aus, wie euch das passt. Und auch in der Kamera kann man ein paar Sachen einstellen. Einmal, wie die Kamera an sich funktioniert. Oh, jetzt habe ich sie gelockt, da funktioniert sie gar nicht. Dass es jetzt halt eine freie Kamera ist und man mit VASD hier durchfliegen kann. Oder ob sie halt den Charakter als Zentrum hat. Wie sensitiv ist er, also bewegt sich schnell, langsam, funktionieren Imports. Welchen Fokus wollen wir haben? Wenn wir mehrere Charaktere haben, wir können auch mehrere Charaktere reinladen. Gibt es einen Fokus, wohin sollen wir schauen, welchen Charakter soll die Kamera anschauen? Dann sagen wir, okay, hier ist das Wichtige, wenn wir einen transparenten Hintergrund haben möchten. Ups, ist es hier. Möchten wir einen transparenten Hintergrund haben, sagen wir, ja. Aber dazu müssen wir, wenn wir den transparenten Hintergrund haben möchten, auch das Environment ausschalten. Und dann habt ihr hier im Bild einfach ein schwarzes Bild. Und so könnt ihr dann einfach einen transparenten Hintergrund haben, wenn ihr das in OBS einfach einfügt. Wenn wir hier hingehen, machen wir OBS, machen wir das auch gleich mit. Ihr macht einfach auf den Plus eine neue Spielaufnahme. Wo habe ich es denn? Da ist die Spielaufnahme. Ich habe jetzt hier schon halt eine, ich habe es VTuber genannt. Ich mache dann halt euch eine neue, sage okay. Dann habe ich hier einen transparenten Hintergrund. Wenn ihr den transparenten Hintergrund nicht habt, müsst ihr hier noch kurz die Transparenz erlauben. Sonst habt ihr halt den schwarzen Hintergrund, so habt ihr den vorhanden. Und es ist alles drin. Wenn ihr natürlich sagt, wir möchten keinen transparenten Hintergrund, dann bekommt ihr den Himmel oder die Skybox. So, dann mache ich den mal wieder weg. Brauche ich jetzt nicht. Dann wissen wir auch, wie wir das in OBS reinbekommen. So, nehmen wir mal den Himmel an. Mal ein bisschen schöner. Man setzt sich mal da in die Ecke. Ich setze, fliege ich hier in dem Himmel rum. Ihr könnt euch auch einen Chroma-Key rausgeben lassen, also quasi eine Farbe, also einen Greenscreen rausgeben lassen, wenn ihr andere Programme zum Tracken nutzt, wie OBS. Aber wie gesagt, in OBS habt ihr ja gesehen, das funktioniert transparent. Auch wenn ihr Screenshots macht aus dem Programm heraus, könnt ihr sagen, wir machen ohne Hintergrund. Auch hier bekommt ihr dann eine PNG ohne Hintergrund. Und wir können hier einen Take Screenshot machen. Dann machen wir einen Screenshot. Und auch hier können wir den Folder direkt öffnen. Ich habe hier ja hier noch jede Menge Quatsch drin für Bilder. Wie gesagt, wenn ihr halt keine Transparenz habt, habt ihr einfach einen PNG mit nur dem Charakter. Wenn die Transparenz aus ist, bekommt ihr auch die Skybox mit. Und auch in der Kamera haben wir ganz, ganz viele Filter, die wir drauflegen können. Die nenne ich jetzt mal so. Jeft of Field, was weiß ich. Wir können hier ganz, ganz viel Phonic Apparation, können wir sagen. Ja, haben wir, machen wir Incentivität stärker. Aber okay, funktioniert nicht so in dem Außenbereich. Machen wir das stärker. Dann haben wir halt diesen Effekt drüber. Sagen wir, nö, den wollen wir nicht haben. Wir können eine Vignette drauflegen. Wir können die Farbe der Vignette ändern. Wir können ganz, ganz viel machen. Wir können eine Night Vision anmachen. Ist mir vielleicht ganz lustig, wenn man das im Chat macht. Wenn man ein Horrorspiel spielt oder so. Kann man ein bisschen Outlast spielen. Wir haben einen Blur drin. Einmal mal zensiert. Auch Pixelart. Dann kann man auch die Art der Pixel ändern. Sind ganz lustige Spielereien, die man halt nochmal als Filter quasi über die Kamera legen kann. Weil wir alles einstellen können, können wir im Nachhinein natürlich auch unser Tracking nochmal anpassen. Wir können zum einen die Tracking-Methode anpassen. Also wie wird es getrackt? Halt hier jetzt die Kamera. Und auch wie stark sich was bewegt, können wir hier im Detail auch einarbeiten. Da kann ich euch jetzt keine Lösung geben. Das ist eine reine Sache der Präferenz und eurer Setups. Also je nachdem, wie gut eure Kamera ist, wie gut ihr ausgelichtet seid. Und wie stark ihr das überhaupt möchtet, könnt ihr hier einfach verschiedene Sachen ausprobieren, wie euch das gefällt. Auch hier ist einmal das Face-Tracking und einmal das Körper-Tracking. Hier habt ihr ganz, ganz viele Möglichkeiten, um einzustellen, wie stark ihr euch bewegen möchtet. Das ist wie gesagt, da kann ich euch keine Nonplusultra-Lösung geben oder so. Das ist halt wirklich, kommt ganz drauf an, wie euch das gefällt und wie euer Tracking an für sich ist. Wie euer Setup ist, ob ihr ausgeleuchtet seid, wie gut eure Kamera ist. Habt ihr das über Webcam, habt ihr das über eine normale Cam, habt ihr das über iPhone? Das ist ganz, ganz viel Einfluss. Da müsst ihr leider, leider selber einfach mal ausprobieren, was für euch besser ist. Aber ihr fahrt auch mit den Standardeinstellungen hier eigentlich immer ganz gut. Und im Nachhinein, wenn ihr euch ein bisschen ins Programm reingefühlt habt, könnt ihr ja sagen, okay, ich möchte vielleicht, dass der Körper sich mehr bewegt, weniger bewegt. Wenn ich mich bewege, sucht euch das passende aus. So, nun eine Sache habe ich noch, die ich euch zeigen möchte. Ich habe ja hier zum Beispiel noch ein extra Licht reingeladen. Wir können auch noch viele, viele andere Sachen reinladen. Hier unten haben wir ein Plus, Add Asset. Dann drücken wir drauf. Und dann kriegen wir hier auch ganz viele Sachen, die wir uns reinladen können. Manche von den Sachen sind auch Plugins, die ihr euch nochmal runterladen könnt. Und dann könnt ihr hier ganz viel einfügen. Dann können wir zum Beispiel sagen, wir packen noch einen zweiten Charakter rein. Weil, warum auch nicht. Dann sagen wir hier, wir packen noch einen G wie ich rein. Jetzt bin ich hier zu zweit. Editor bleibt hier. Und ich möchte bitte den Charakter etwas rüberschieben. Den könnten wir auch, wenn wir möchten, mit einem Tracking versehen. Oder ihm halt einfach eine lustige Animation geben. Wir können sagen, okay, den Charakter hier, der soll tanzen. So, Animationen, sagen wir hier. Ich möchte hier eine Animation. Und irgendwo hier hatte ich auch Tanzanimationen. Sitting, Lying, Dancing hier. Kann man sagen, okay, du tanzt jetzt. So. Wir haben dann hier, wenn wir möchten, einen Background-Tänzer. Er feuert uns an. Und wie man sieht, man hat hier halt jede Menge Möglichkeiten, die man halt noch anpassen kann. Wenn ihr jetzt wie ich zum Beispiel einen Speich habt, ist das hier eine coole Sache. Tail. Den packt ihr. Sagen wir, das ist der Charakter Nummer 1. Dann suchen wir den richtigen Part. Hier müsst ihr gucken, wo ist euer Tail vorhanden. Wo ist der verlinkt? Shoulder. Ich muss noch ein bisschen weiter runter. Tail. Da ist mein Tail. Und zack. Wedel, wedel, wedel. Mein Tail bewegt sich. Und da können wir auch einstellen. Langsam oder schneller. Und wie weit soll der sich bewegen? Soll er kleinere oder größere Bewegungen machen? Tju, tju. Hier sind halt coole Sachen. Und da haben wir auch natürlich Physics und so weiter alles mit drin. Das finde ich ganz cool. Gerade, wenn man halt einen Charakter mit Schweif hat. Dass er so ein bisschen animiert ist. Wedel, wedel, wedel. Und dann sage ich, ich könnte hier auch noch einen Pop reinladen. Einfach noch einen Asset. Dann brauchen wir natürlich erstmal einen Asset. Ich habe hier ganz, ganz viel Quatsch runtergeladen. Aber hier haben wir auch die Standarddinger. Mal so einen Ochsen. Da, guck. Jetzt habe ich ein Stofftier. Den lasse ich jetzt auch einfach mal da. Eine coole Sache finde ich auch. Ich bin ja ein Fan davon, wenn man halt in einem Programm viele Sachen kann. Man kann hier auch einen Bildschirm hier einfügen. Wir gehen auf Screen. Und wir sagen, wir möchten das Display, also ich möchte meinen Bildschirm haben. Wir können aber auch sagen, ich möchte einen Browser drauf haben. Video oder ein Image. Aber ich möchte jetzt einfach mal einen Bildschirm haben. Gehe ich auf Display. Ihr sagt, ich möchte Display 1. Jetzt habe ich hier, ja, meinen Bildschirm. Und auch über die Transform Tools können wir den, ein Stück zurück, können wir den hier in den Hintergrund packen. Dann macht das das Streaming doch ganz einfach, wenn man alles in einem Programm hat und da die Kontrolle drüber hat. Man kann ja dann, wenn man mehrere Bildschirm hat, das hier auf dem zweiten Bildschirm legen und dann halt Sachen im Nachhinein noch anpassen. Falls man zum Beispiel jetzt irgendwie Videos anschauen möchte oder spielen möchte, kann man das halt so zeigen. Oder dann halt auch ausschalten, wenn wir sagen, okay, wir möchten das kurz ausschalten, sagen wir nö. Und dann machen wir es wieder an. Dann machen wir ja und nein, ja und nein. Auch hier können wir noch den Radius einstellen, wie das sich bewegt. Man kann ganz viel Quatsch mit den Sachen machen. Man kann auch hier einen Rahmen hinzufügen. Kann ganz nice aussehen. Wir können auch sagen, okay, ich möchte hier, es ist mir zu hell oder ich möchte grün oder ich möchte irgendwie einen Filter hier drauflegen. Ist alles möglich, kann man alles machen. Oder sagen, man möchte einen Chroma Key haben und alles mögliche. Wie gesagt, man kann hier alles einfügen. Wie man kann ganz, ganz viel Spaß mit den Sachen haben. Wie ihr seht, wer kann hier quasi alles reinladen, wie ihr denn möchtet. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch zeigen, wie ihr Sachen von der Community bekommt. Es gibt ja, ihr habt ja gesehen, ich habe noch ganz, ganz viele zusätzliche Sachen, die werdet ihr im ersten Mal nicht drin haben. Ihr könnt auch viele, viele Sachen einfach von der Barudo Community euch runterladen. Dann gehen wir hier auf Discover, auf diese Lampe. Und dann kriegen wir hier ganz, ganz viel. Gibt es von Charakteren über Umgebungen. Alles Mögliche, was ihr euch nach Herzenslust runterladen könnt. Wir haben auch hier Props, also so wie jetzt ich den Ochsen hier drin habe. Können wir hier alles Mögliche, kann man sagen. Ich möchte hier die Pokebälle haben. Dann gehen wir auf Subscribe und dann ladet ihr das runter. Und das Coole ist, dadurch, dass das mit Steam verbunden ist, wenn ihr euch das einmal runtergeladen habt, habt ihr das in Steam mit abgespeichert. Sprich, wenn ihr mehrere PCs habt oder ihr seid im Urlaub oder so und ihr möchtet eure ganzen Sachen mitnehmen, ist das auf Steam gespeichert. Ihr müsst nur, wenn ihr die Szene nehmen möchtet, wie ihr sie habt, unter Menü, Save Scene, müsst ihr die Szene mitnehmen. Dann ist euer Hintergrund oder das, was wir hier aufgebaut haben, gespeichert. Ansonsten müsst ihr das halt nochmal separat machen. Aber alles, was ihr euch hier runterladet, habt ihr für immer in Steam mit runtergeladen. Ich habe gesagt, hier gibt es jede Menge. Wir haben auch Plugins, wo man halt verschiedene Effekte und hier diese Notes. Da werden wir dann im nächsten Tutorial mal drüber gehen, was hat das mit diesem Note-Aufsitz. Wie kann ich meinen Twitch-Chat und meinen YouTube-Chat mit unserer Szene verbinden. Die können ja auch lustige Sachen machen. Hier schauen wir uns den nächsten an. Und auch hier unter Michelinios hat man dann Tänze, Posen etc., wie man hier sich auch runterladen kann und dann unter Animationen abspielen kann. Ganz, 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 ganz viel. Und wir werden uns auch im Laufe der Zeit auch mal anschauen, wie kriege ich denn eigene Animationen, eigene Sachen, die ich gemacht habe, überhaupt hier rein, falls ich ja für mich was gemacht habe oder auch für die Community. Ich sage, das wird hier alles geteilt. Wie kriege ich das dann halt dahin, dass ich hier auch Sachen reinladen kann. Das schauen wir uns danach halt auch in einem separaten Video auch an. So, ich weiß, das Tutorial war lange. Ich habe euch viel gezeigt und ich hoffe, ich habe euch alles erklären können. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt ruhig unten in die Kommentare, wenn ich was vergessen habe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Warudo. Probiert das unbedingt mal aus und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial wieder. Bis zum nächsten Mal.